Der Langlebenhof ist für mich eine gelebte Philosophie, wo man versucht, bedürfnisorientierte Arbeit unter einen Hut zu bekommen und das in einer familiären Atmosphäre. Ich wünsche mir für den Langlebenhof, dass er weiterhin so geerdet ist und dass er wächst und zwar langsam, so dass er jeder mitkommt und dass er immer offen ist für jeden.